aus hamburg es ist 8 uhr 34 es ist donnerstag der 16 februar mein name ist carlos martins und sie hören uns live aus dem traders lab training und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor 15.600 haben wir die erste big number und die aktivieren wir auch hier das würde bedeuten wir gehen bei 15.592 short oder bei 15.600 07 long wir holen hier auch einmal unsere power tools mal mit reihen so also oben eingestochen wenn der kurs runter möchte werden wir diesbezüglich hier denn short gehen zielmarke heute erstmal sehen wir hier unten bei 15.500 haben wir den daily pivo direkt also weit entfernt und zwischen zielmarke wäre dann die 50er zone die dann irgendwo hier genau zu sehen ist oben rum sind wir auch hier in den 50er zone drinnen die trading range gestern liegt bei 195 zähler und dann alle platziert wir gucken einmal auf die vola boxen so template noch nicht drinnen so vola box 15.503 also bei der big number 15.503 bei der big number sind wir dann bei der vola box um 9 uhr so wir sind bei der markteröffnung und wir sehen 19.45 aktuell die box blue box in orange würde die blau werden würden wir die sogar mit erhöhtem risiko traden noch nicht wir haben die vola boxen sehen wir alle unten also noch hat keine falle zugeschnappt aber wir stehen kurz davor big number oben vorbereitung 15.592 1,5 punkte müssen wir einstechen hier einlaufen in die die zone das hoch war heute auch bei 15.600 und die order ist scharf geschalten das heißt der erste trade heute morgen wird so sieht es aus ein big number trade werden bei 15.607 würden wir long gehen oder bei 15.592 short also entweder hier schaut da long und das ganze bis zur endstation ab den zweiten geben wir auf angepasst das bedeutet dann versuchen wir ab den zweiten trade den trade den markt etwas weiter laufen zu lassen als die vorgesehenen 15 punkte wir sind long im ersten trade und auch hier aus traditionszwecken gehen wir relativ früh raus aus dem markt und wir sind draußen das war der öffnungs trade ich hole mal unseren indikator rein und dann sieht man das sehr gut und wir sind hier draußen also das war der öffnungs trade und wir werden uns am montag wieder hören wünsche ein ein schönes wochenende wir machen live trading raum weiter und bis dahin gute trades big number ein zweites mal dreimal treten wir die big number also salü und bis montag big number ein zweites mal dreimal treten wir die big number ein zweites mal